Servus Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr seid bei dem E-Mobilist gelandet und ich bin hier in Frankfurt auf der Eurobike 2022 bei euch unterwegs. Und schauen wir in diesem Video gemeinsam mit euch E-Bike Motorenhersteller an. Denkt euch eigentlich immer mal, dass ein E-Bike Motor ist sozusagen das Herzstück eines jeden E-Bikes und dementsprechend im Prinzip viel wichtiger bei der Wahl des Fahrrads als die Marke. Ihr solltet schauen, dass ihr den Motor für euch aussucht, der wirklich zu eurem Anwendungsfall passt. Denn jeder Motor hat so seine besondere Charakteristik, seine Vor- und Nachteile. Und genau das wollen wir hier in diesem Video klären. Dementsprechend wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei diesem Video. Los geht's. Sehus, Sehus kennt man natürlich schon. Das ist so ein All-in-One-Motor. Und hier ist David. Hallo David. Hi, Ralf. Ich bin sehr gut. Gut. Würdest du uns vorstellen, dass ihr Produkte uns? Absolut. Vielen Dank dafür, dass wir hier bei Sehus passen. In Eurobike 2022, der Show ist in full shape, endlich. Und wir zeigen uns den All-in-One-Motoren zu unserem Potenzialen, der All-in-One. Der All-in-One-Motor ist, wo Sehus war 9 Jahre alt, mit dieser Idee, der Schassis, der Smartmotor, der Fahrrad, als auch der Batterie pack. Okay. Der All-in-One ist das, was die Leute kennen, Sehus. So hier, da ist ein Bluetooth-Connectivität, ein Wireless-Connectivität. Wir haben auch ein neues Digital-Embarment, das ist etwas sehr interessant für die End-User, als auch für alle Manufaktoren. Also, wir haben auch etwas Neues, das ist das Reahub, oder Sportly-Hub. Also, das ist ein neues Konzept für unsere Unternehmen. Es ist ein Reahub, mit dem Fahrrad und Kontrollen. Und wir haben die Batterie hier in der Down-Trip, dieses Mal, nicht all-in-One. Das ist ein schönes Stray-Pull-Version, für high-end Fahrrad oder E-Road-Bikes. Also, auf dieses Frames, specifically, wir befinden uns 340 Watt-Haus. Eventually, wir haben andere Optionen, mit kleineren oder größeren Batterien, um mit den Reahubs zu gehen. Wenn Sie mir folgen, können Sie sehen, wir haben eine andere Version des Reahub, die Flange-Version. Die beiden sind nur 1.8 Kilogramm und 40 Nm von Maximum Torque, in Boost-Mode. So, hier Sie sehen, die Komponenten zwischen der Stray-Pull-Version und der Flange-Hub-Version für J-Spokes. Aber die Smart-Motor und die Architektur sind genau das gleiche. Dann, für die Package, die Range-Extender ist ein weiterer 250 Watt-Haus. Hier, für die E-Road, haben wir 250 Watt-Haus in der Down-Trip und 250 Watt-Haus in der Range-Extender für 500 Watt-Haus. Wie geht es mit der Compatibilität? Regarding der Compatibilität, die Reahub ist mit dem Center-Log compatible. Und wir können Kassetten, wie Shimano 8G Microspline, SRAM XDR und also Campagnolo N3W. Hier ist Luca. Luca, hi! Hi, nice to meet you. Nice to meet you, too. Du kannst uns das digitale Ecosystem erklären. Ja, definitiv. Okay, so all of our systems are equipped with Bluetooth modules, that enables us to talk with outside devices. So, our digital ecosystem is composed by three new applications. One is made for mobile apps, for mobile phones, that allows you to exploit all the ZEOS features. And then we presented this year an application dedicated for Garmin, for Garmin displays and also for smartwatches, like Apple Watch and also Android Watches. So, the application was completely redesigned with respect to the previous model. We started from deep study of the UX UI, considering the experience of the final user. And that's it. So, we have the first, the main page that actually is a dashboard, that allows you to see actually the speed of the vehicle and the area that is inside the circle, that is outside the circle, also you to see the power erogated or recuperated by our system, because we are able to regenerate and recharge the battery. For example, when you are downhill, you are able to use the motor like a brake and recuperate energy back and put it back into the battery. So, this is just the first feature of our application. Then, you are able to change the power mode. So, for this product we have four power modes and you are also able to customize them. So, for example, you can decide how much does it have to assist you and also you can set up up to which speed the motor will assist you. So, if you want to do just a nice trip in the city center, you can just set it to 20 kilometers per hour, for example, and that's it. And if you want, you can also set it to 25. Then, we also included other statistics like the average cadence and speed and the distance that you traveled. Then, we took this idea from the smartphone app and we developed the same idea on the Garmin. So, now, at Eurobug this year, we presented the application available on ConnectIQ for Garmin Edge 830. So, actually, it recalls the dashboard that we saw before and again, it allows you to change the power mode, see the speed and the statistics of your ride. That's it. And then, we also developed an application running on the Apple Watches and on Oppo Watches, etc., etc., that it's designed as a companion app. So, it allows you just to lock and unlock the bike and to change the power mode. But this will be just possible when you are standstill, because we don't want people to leave both hands from the handlebar. So, it's more like a companion app that allows you to just check very quickly the state of your motor. Excellent. Thank you very much, Luca. Thank you, too. See you. Bye.